Die Bibel hat ein klares Gebot in 5. Mose 22, Vers 5. Eine Frau soll keine Männersachen auf sich haben, und ein Mann soll keine Frauenkleider anziehen. Denn jeder, der dies tut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Kräuel. So, was sagt die Bibel hier? In dieser Aussage hier heißt es, dass Frauen keine Kleidung tragen sollten, die spezifisch für Männer ist. Jetzt heißt es auch im Gegenteil, Männer sollten keine Frauenkleider anziehen. Nun, hier ist das Problem mit diesem Vers. Die meisten Menschen sind nicht bereit, die Realität zu akzeptieren. Obwohl dieser Vers nicht zu schwer zu verstehen ist, widerspricht er jetzt nun unserer Kultur. Was ist interessant an dem Toilettenschild? Dies ist nur ein Toilettenschild. Und es gibt buchstäblich nur einen Unterschied zwischen diesen. Einer. Ich meine, der Kopf ist der gleiche. Die Farbe ist die gleiche. Was ist der einzige Unterschied? Der eine trägt eine Hose. Der andere einen Rock. Das ist der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Bildern. Wie kommt es dann, dass jeder Einzelne automatisch weiß, dass dies der Mann und dies die Frau ist? Sogar ein Kind weiß es? Jeder Einzelne weiß es? Weißt du warum? Weil das Kleidungsstück einer Frau ein Rock und das Kleidungsstück eines Mannes eine Hose ist. Wenn du vor 50, 60 Jahren in eine Baptistengemeinde gehst, glauben sie alle daran. Sie alle hatten diese Maßstäben. Sie wären alle entsetzt, wenn sie mich in einem Kleid und eine Frau sehen würden, die sich wie ein Mann kleidet. Wo kommt es her? Nun, lass mich dir etwas Geschichte geben. Verschiedene US-Städter im 19. und 20. Jahrhundert verabschiedeten Gesetze, die Frauen des Tragen von Hosen untersagten. In dieser Zeit begannen die USA, Gesetze gegen Frauen zu erlassen, die Hosen tragen. Weißt du warum sie solche Gesetze verabschiedeten? Weil Frauen anfingen sie zu tragen. Vorher trug sie keine Frau. Es war also nicht einmal eine Frage. Und sie müssen anfangen, ein Gesetz zu verabschieden. Im Jahr 1863 wurde ein Gesetz verabschiedet, das von der Aufsichtsbehörde von San Francisco unter Strafe gestellt wurde. Dass er sich scheinend in einem Kleid, das nicht zu seinem Geschlecht gehört, öffentlich kriminalisiert. Nun, sie waren die Ersten, die ein Gesetz verabschiedeten. Und weißt du warum sie die Ersten waren? Weil es gebraucht wurde. Weißt du warum es gebraucht wurde? Weil sie gottlos waren. Dieser ganze Staat ist böse. Das ist wahrscheinlich der böseste Staat der Welt. Es ist ein moderner Sodom und Gomorra, mein Freund. Obwohl ähnliche Gesetze in Columbus, Ohio, 1848, Chicago, Illinois, 1851, Houston, Texas, 1864 existieren. Das ist nur ein Jahr später als das in San Francisco. 1907, Orlando, Florida und ungefähr zwei Dutzend andere US-amerikanische Städte. Anti-Cross-Dressing-Gesetze gingen auch im 20. Jahrhundert weiter, wobei Detroit, Michigan und Miami, Florida noch in den 1950er Jahren Gesetze verabschiedeten in Cincinnati, Ohio 1974 vorbei. 1974 war es nach eigenen Gesetzen illegal, dass eine Frau Hosen trug. Das ist noch nicht so lange her. 1974. Lass mich wieder in die Vergangenheit gehen. 1923. Wurde in West Virginia ein 14-jähriges Mädchen in Reedy Rowan County wegen des Tragens von Hosen verhaftet. Es war ein Verstoß gegen ein örtliches Gesetz, das Frauen verbot, sich alles anzusehen, was männliche Kleidung verkörpert. 1923 wird ein 14-Jäger buchstäblich festgenommen. Im Jahr 1938, Helen Hulig, eine Schullehrerin in L.A., einem sehr göttlichen Ort, Los Angeles. 1938 war sie Zeugin in einem Einbruchfall und erhielt eine 5-tägige Haftstrafe, weil sie von Gericht Hosen trug. Sie müssten in einem Kleid zurückkommen, um nach einer 5-tägigen Gefängnisstrafe endlich Zeuge vor Gericht zu werden. 1960 entfernte ein Richter einer Frau namens Lois Rabinowitz von einem New Yorker Verkehrsgericht, weil sie Hosen trug und forderte sie aus, zu einem späteren Zeitpunkt richtig angezogen zurückzukehren. New York 1960 wurde eine Frau wegen des Tragens von Hosen vom Gericht entfernt. Nun weißt du, wer diesen Kampf aufgenommen hat? Die Medien Und die Celebrities Mary Tyler Moore in den 1960er Jahren Die Schauspielerin wollte, dass die Figur, die sie in der Dick Van Dyke Show spielte, das wirkliche Leben amerikanischen Frauen widerspiegelt. Ich denke, wir haben Neuland betreten und das hat mir geholfen, darauf zu bestehen, Hosen zu tragen. Und sie ist der American Dream. Niemand trägt es, sie werden verhaftet, wenn sie es tun, aber in Fernsehen können sie es tragen. Dort fängt es immer an, oder? Sie war so aufgeträgt, Hosen, Jeans und Capri-Hosen zu tragen. Ich habe andere Schauspieler gesehen und sie lassen immer das Vakuum in diesen kleinen geblümten Kleidern mit hohen Absätzen laufen. Und das mache ich nicht. Wie repräsentierst du dann amerikanischen Frauen im wirklichen Leben? Jede Frau, die ich sehe, trägt ein Kleid und High Heels und putzt im Haus. Aber weißt du was? Ich möchte einen Hosenanzug anziehen und zur Arbeit gehen. Und dann verändert es die Kultur. In Absatz 9 der Bildungsänderung heißt es, dass Schulenfrauen das Tragen von Hosen nicht mehr verbieten könnten. Bis 1972 war es in Schulen für Mädchen illegal, in Hosen zu kommen. Setze dieses Gesetzesverein öffentliches Schulsystem wieder in Kraft. 1973 wurde der Parfümierter Charlie von Revlon auf den Markt gebracht. Die Werbungen zeigte Frauen in Hosenanzüge von Ralph Lauren. In 1974 gibt es ein Bild einer jungen Hillary Clinton, die als 26-jähriger Anwälten einen Hosenanzug trug. Eine der Pioniere Frauen, die Hosen tragen, ist Hillary Clinton. Ist das nicht ein Vorbild für den Damen? Willst du nicht einfach so sein, Hillary Rotham Clinton? Sie ist eine tolle Person, oder? Zu der Frauen aufschauen können? Sie ist eine Meisterin. 1993 war sie die erste Frau, die im Senat Hosen trug. 1993. Das ist 27 Jahre her. Das ist noch nicht lange her. Die Bibel sagt in Römer 1, 22. Da sie für sich weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Sie fördern ständig. Oh, Frauen haben so viel Freiheit bekommen. Jetzt können sie sich wie Männer kleiden. Wie ist es Freiheit? Wie ist es überhaupt weiblich? Die Feminist Movement ist ein Oxymoron, weil sie Mannismus genannt werden sollte. Sie versuchen, Frauen zu Männer zu machen. Sie versuchen nicht, Frauen weiblich und göttlich zu machen. Vers 23. Und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das den vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben, in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihren eigenen Leiber untereinander enttehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben, in entdrehende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem wieder natürlichen. So wenn etwas gegen die Natur geht, wie beschreibt Gott es? Abscheulich. Er sagt, Frauen, die sich nicht wie Frauen kleiden, sind abscheulich. Und Männer, die sich nicht wie Männer kleiden, sind abscheulich. Hey, das erinnert mich an einen Vers. 5. Mose 22 Pfund, der sagt, dass sie ein Kreuel sind. Die Bibel passt einfach perfekt zusammen.